UNTERTITELUNG Matthias Tretschock Das, was Julian Assange mit Wikileaks herausgefunden hat und aufgedeckt hat, ist wahrer Journalismus. Er hat als investigativer Journalist gezeigt, dass im Irakkrieg amerikanische Soldaten Zivilisten erschossen haben und auch Journalisten. Alles, was bisher von Wikileaks veröffentlicht wurde, entsprach der Wahrheit. Da war gar keine Fake News dabei und genau das ist das Problem. Julian Assange sitzt im Gefängnis, weil er die Wahrheit gesagt hat. Man sieht an Julian Assange, was eigentlich die Staatsgewalt tatsächlich ist. Hier wird vor unseren Augen die Presse und Meinungsfreiheit gefoltert. Von einem Schweinesystem, dessen Machenschaften er seit Jahren aufdeckt. Ihm wird Geheimnisverrat vorgeworfen. Weil er die finsteren Geheimnisse der Supermacht USA veröffentlicht hat und auch die finsteren Geheimnisse vieler anderer Regierungen. So eine Dreistigkeit ist im Prinzip der Bankrott für jedweden Journalismus. Er könnte nach dem Spionagegesetz verurteilt werden und im schlimmsten Fall würde ihm sogar die Todesstrafe dafür drohen, dass er eigentlich nur seinen Job gemacht hat. Da wollen doch die, die von sich behaupten, sie hätten die Demokratie erfunden, dem, der die Wahrheit aufgedeckt hat, an den Kragen. In diesem Fall soll deutlich gemacht werden, wenn ihr unsere Verbrechen öffentlich macht, dann werdet ihr dafür büßen. Wer auf den Misthaufen hinweist, ist natürlich immer viel gefährlicher, als derjenige, der den Mist produziert. Merke dir, Julian Assange verübte nicht die Verbrechen. Julian Assange zeigte uns die Verbrecher. Ich finde es zum Kotzen, dass diejenigen, die auf Dreck hinweisen, mehr abgewatzt werden, als diejenigen, die den Dreck verursachen. Dieser Mann hat nichts Falsches gemacht. Wenn eine Regierung nichts zu verbergern hat, braucht sie vor Meinungsfreiheit keine Ahnung zu haben. Es kann nicht sein, dass wir hier unsere Menschenrechte hochhalten und die Menschen, die dafür sorgen, dass wir sie auch einhalten, selber im Gefängnis machen. Und deshalb ist uneingeschränkte Presse und Meinungsfreiheit elementar und so wichtig. Es muss unbedingt eine Möglichkeit geben, uns Bürgern gewisse Informationen zur Führung zu stellen. Deshalb bin ich dafür, dass Journalisten wirklich für uns Menschen etwas tun können. Julian Assange, Freiheit ist ein Kampf für Demokratie. Er muss freigelassen werden. Wenn das nicht passiert, kann man nicht erwarten, dass nochmal irgendwer es wagt, uns die Wahrheit zu sagen. Und dafür müssen wir mit einer kritischen Öffentlichkeit sorgen und dafür müssen wir solidarisch sein mit Julian Assange. Wir müssen uns vor allen Dingen zusammentun für eine gemeinsame, friedliche Lösung. Das ist wichtig. Meinungsfreiheit bedeutet aber auch, dass man selber aufsteht und den Mund aufmacht. Wenn wir etwas aus unserer Geschichte gelernt haben könnten, dann das, dass wir nicht wegschauen oder schweigen, wenn anderen Menschen vor unseren Augen himmelschreiendes Unrecht angetan wird. Deswegen volle Solidarität mit Julian Assange. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Da sollten wir alle die Stimme erheben. Wir fordern die Freilassung von Julian Assange. Erhebe auch du deine Stimme. Jeder kann was tun, jeder kann sein Gesicht zeigen und jeder kann seine Stimme erheben. Denn wir kämpfen damit nicht nur für Julian Assange Freiheit, wir kämpfen damit auch für die Pressefreiheit und damit für das Immunsystem der Demokratie. Es geht um unsere aller Freiheit. Alle Menschen, denen es irgendwie an Pressefreiheit gelegen ist. Journalisten, Publizisten, Verleger, Blogger oder YouTuber. Wir müssten jetzt dafür sorgen, gemeinsam, dass Julian Assange so viel Unterstützung bekommt. Wenn Julian Assange nach dieser Anklage ausgeliefert und verurteilt wird, betrifft euch das. Denn wenn es möglich ist, einen Julian Assange hinter Gitter zu bringen, für das, was er veröffentlicht hat, dann ist es auch übermorgen möglich, dich, ihn oder jemand anders hinter Gitter zu bringen, weil er irgendetwas recherchiert und veröffentlicht hat, was der amerikanischen oder einer chinesischen oder einer russischen oder einer türkischen Regierung nicht passt. Und genau deshalb brauchen wir vor allem eins. Mut. Wer, wenn nicht er? Wann, wenn nicht jetzt? Also, steh auf. Und sei laut. Denn er und Wikileaks waren laut für uns alle. Und darum müssen wir jetzt laut sein, wenn man ihn zum Schweigen bringen will. Das Video ist veröffentlicht worden am 12. August diesen Jahres und per gestern hat dieses Video 86.000 Klicks erhalten. Ein wunderbarer, ein faszinierender Erfolg, Social Media mäßig. Mein ganz besonderer Dank zunächst erstmal gilt an Patrick, dass er so frei war und mich unter anderem heute auch mal als Redner, als Rednergast eingeladen hat. Mein ganz besonderer Dank geht auch zunächst erstmal auch an Heike Hänsel, weil es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass auch Politiker, die im Bundestag sehr beschäftigt sind und dort jeden Tag auch Reden halten, dass auch sie hier Gesicht bei den Menschen vor Ort zeigen. Das ist nicht so selbstverständlich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und mein nächster ganz, ganz großer Dank geht natürlich an Sie, die hier dastehen. Mittlerweile seit Monaten hier vor dem Brandenburger Tor. Und liebe Berliner Gäste, das sind die Menschen, die seit Monaten hier Gesicht zeigen für Julien Assange, für Chelsea Manning und Edward Snowden. Und das braucht nochmal einen ganz großen, lauten Applaus. Und wenn ich an 1987 denke, an diesem historischen Ort nur 50 Meter weiter, da hat Ronald Reagan damals der Welt verkündet oder eine Botschaft an Michael Gorbatschow gerichtet, die hieß, Mr. Gorbatschow, stürzen Sie diese Mauer ein. Und heute, 32 Jahre später, stehen wir an selben Gestelle und heute geht unser Ruf in die Welt. Mr. Trump, lassen Sie Chelsea Manning, Julian Assange und Edward Snowden frei. Im Jahr 2011 führte RT ein Interview mit Julien Assange und ich möchte daraus zitieren. RT fragt Assange und zu guter Letzt, Julien, das ist eine von vielen Fragen, Wen sehen Sie als Ihren Feind Nummer 1 an? Ja, sagt Assange, unser größter Feind ist Unwissenheit. Und ich glaube, das ist der größte Feind für alle. Er versteht nicht, was in der Welt tatsächlich vor sich geht. Erst wenn Sie anfangen zu verstehen, können Sie effektiv Entscheidungen und effektive Pläne treffen. Nun stellt sich die Frage, wer die Ignoranz fördert. Nun, jene Organisationen, die versuchen, Dinge geheim zu halten und jene Organisationen, die wahre Informationen verfälschen und sie falsch darstellen. In dieser letzten Kategorie handelt es sich um schlechte Medien. Und Assange sagt weiter, ich bin wirklich der Meinung, dass die Medien im Allgemeinen so schlecht sind, dass wir uns fragen müssen, ob die Welt ohne sie überhaupt nicht besser daran wäre. Sie sind so verzerrend, wie die Welt tatsächlich ist. Das Ergebnis ist, wir sehen Kriege und wir sehen, dass korrupte Regierungen weiterhin bestehen. Eines der hoffnungsvollsten Dinge, die ich entdeckt habe, ist, dass fast jeder Krieg, der in den letzten 50 Jahren begonnen hat, ein Ergebnis von Medienlügen war. Die Medien hätten es stoppen können, wenn sie tief genug gesucht hätten. Wenn sie die Regierungspropaganda nicht nachgedruckt hätten, hätten sie aufhalten können. Aber was heißt das? Das bedeutet, dass die Bevölkerung Kriege grundsätzlich nicht mag und dass die Bevölkerung in Kriege hineingetäuscht werden muss. Die Bevölkerung geht nicht bereitwillig mit offenen Augen in einen Krieg. Wenn wir also ein gutes Medienumfeld haben, dann haben wir auch ein friedliches Umfeld. Zitiert, 2.5.2011, RT-Wikileaks-Enthüllungen, nur Spitze des Eisberges, Assange. Und dieses komplette Interview finden Sie auf dieser Seite unter Julian Assange. Das ist keine Facebook-Seite, sondern das ist eine richtige Webseite. Das heißt, die spricht und erreicht auch Leute, die außerhalb der Facebook-Community unterwegs sind. Viele dieser Organisationen, links in der Spalte, sind nur durch Facebook-Seiten vertreten, aber eben nicht im internationalen BWW. Und wer heute vielleicht die Möglichkeit hatte, im Fernsehen das EU-Parlament zu verfolgen, da ging es darum, dass die EU-Parlamentare und natürlich auch die dahinterstehenden Parteien, auch von Deutschland, die Türkei mächtig kritisiert hat. Ja, und zu Recht. Wenn die Türkei in Syrien einen völkerrechtswidrigen Krieg beginnt, einen Einmarsch vornimmt, dann ist das zu kritisieren. Es sind aber dieselben Politiker, es sind dieselben Parteien, die ganz leise sind gegenüber Israel, die seit 1967 die palästinensischen Gebiete besetzt haben, völkerrechtswidrig. Dieselben Politiker sind ganz leise, wenn es darum geht, dass Marokko seit roundabout 46, 47 Jahren die Westsahara völkerrechtswidrig annektiert hat, wo hunderttausende von unschuldigen Zivilisten seit Jahrzehnten in Algerien ihr Leben darben. Und sie sind genauso still und leise gegenüber ihrer eigenen Beihilfe am Völkermord und Kriegsverbrechen im Jemen-Krieg, in dem sie dieses abartige, korrupte Khashoggi-Mörder-Kindermördersystem bin Salman auch noch mit Waffen beliefern. Und sie sind laut gegenüber Russland und Putin im Sinne der Krim. Und sie sind laut und direkt gegenüber Erdogan, wenn es um die Türkei geht. Das ist ein Offenbarungseid an Verlogenheit, an Scheinheiligkeit, an Doppelmoral. Und wenn diese Politiker davon reden, von Menschenrechten, von Frieden, Freiheit, Demokratie, dann glauben sie den Menschen nicht, weil das entspricht nicht der Wahrheit. Sie vertreten nicht diese hohen Werte, sie vertreten nur ihre eigenen, ureigensten Interessen, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns alle heute wieder hier auf dem Pariser Platz zwischen den Botschaften der USA und Frankreich das stellvertretend für dieses korrupte Gebilde und politische Arm geheimer Machtstrukturen, was sich Europäische Union nennt, eingefunden haben, um den Machteliten zu zeigen, dass wir eben nicht mehr so unwissend sind, wie sie es gerne hätten und ihre perversen Kriegstreibereien durchschaut haben. Wir wollen deren weltweiten Kriege um endliche Ressourcen, Machteinfluss und Kontrolle über die Völker dieser Welt nicht. Wir wollen nicht, dass nach zwei verheerenden Weltkriegen weitere Generationen, unsere Mütter und Väter, Töchter und Söhne und liebgewonnene Freunde, egal wo auf dieser Welt, für die Interessen einer irrsinnigen Kriegsmaschinerie und einer Handvoll durchgeknallten Machteliten ins Feld ziehen und sich gegenseitig abschlachten. Und wir sind nicht allein, auch wenn es manchmal auch so aussieht. Tausende Menschen sind jede Woche irgendwo auf den Straßen dieser sogenannten westlichen Wertegesellschaft, so wie wir heute, um gegen die Ungerechtigkeiten ihrer Regierungen, gegen Ausbeutung, Verarmung, Kriege, Zerstörung und die Freiheit von Chelsea, Manning, Julian Assange, respektive Edwards-Noten einzutreten, die sinnbildlich für alle Aktivisten dieser Welt stehen, die für Meinungsfreiheit, Frieden, Freiheit, Menschenrechte und für echte gesellschaftliche Mitbestimmungen einstehen und dafür in aller Öffentlichkeit Gesicht zeigen. Während heute vor allem US-amerikanische Medien der Weltöffentlichkeit ein ganz neues Narrativ über Obama zeichnen wollen, in dem erklärt wird, die USA wären 2015 von Saudi-Arabien mit ihrem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Jemen völlig überrascht worden, wissen wir heute dank Assange und anderer aus den Wikileaks veröffentlichten E-Mails, dass die Clinton-Stiftung Millionen Dollar von Saudi-Arabien erhalten hat, zwei der wichtigsten Geldgeber des islamischen Staates. Als Außenministerin zahlte Hillary Clinton ihre Spenden zurück, in dem sie Waffenverkäufe in Höhe von 80 Milliarden Dollar, US-Dollar, an Saudi-Arabien genehmigte. Dadurch konnte das Königreich einen verheerenden Krieg im Jemen führen, der eine humanitäre Krise bis heute auslöste, die zu einem unfassbaren Nahrungsmittelknappheit und Choleraepidemie führte und zu über 60.000 Toten. Heute zählt der Jemen-Krieg zu der schlimmsten Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir erfuhren aus Wikileaks und dank Doolin Assange, dass Clinton für Vorträge bei Goldman Sachs 675.000 Dollar erhielt. Diese Summe ist so riesig, dass sie nur als Bestechung bezeichnet werden kann. Wir erfuhren durch Wikileaks, dass Clinton den Finanzeliten bei ihren lukrativen Gesprächen mitteilte. Sie will offenen Handel und offene Grenzen und dass sie glaube, die Wall-Street-Manager seien am besten in der Lage, die Wirtschaft zu führen. Eine Aussage, die im direkten Gegensatz zu ihren Wahlversprechen stand. Wir erfuhren durch Wikileaks, dass die Clinton-Kampagne Einfluss auf die Vorwahlen der Republikaner nahm, um sicherzustellen, dass Donald Trump der republikanische Kandidat wird. Wir erlernten, dass Clinton Vorabinformationen über die Fragen bei der Vorwahldebatte erhielt. Wir erfuhren, dass 1.700 E-Mails von 33.000 E-Mails allein von Hillary Clinton stammten. Sie war die Hauptarchitektin des Krieges in Libyen. Wir erfuhren von Wikileaks, dass sie der Meinung war, dass der Sturz von Mohammed Gaddafi sich günstig auf ihre Präsidentschaftskandidat-Tatur auswirken würde. Der Krieg, den sie wollte, stürzte Libyen in ein Chaos, beförderte die Machtübernahme radikaler Dschihadisten in dem inzwischen gescheiterten Staat, führte zu einem massiven Exodus von Migranten nach Europa, zur Beschlagnahmung der libyschen Waffenbestände durch die Schurkenmilizen und islamische Radikale in der gesamten Region und führte zu 40.000 Toten. Sollten diese Informationen etwa der amerikanischen Öffentlichkeit verborgen bleiben, sie können das bejahen, aber dann können sie sich selbst nicht als Journalist bezeichnen. Denn so schreibt Chris Hetsch, Thüringen Assange wird ans Messe geliefert, auf Nachdenkseiten vom 19.11.2018 ebenfalls zu finden auf dieser Seite unter Thüringen Assange. Und wenn Sie dann in den nächsten Tagen die Dokumentation über diese Veranstaltung sehen, dann finden Sie die Links auch eingeblendet, sodass Sie das alles auch nachvollziehen können. Und wenn wir uns heute umschauen, heute sind es über 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 222 militärische Konflikte, über 20 Kriege. Wenn mir Professor Mausfeld folgen, wurden nach 1945 zwischen 20 und 30 Millionen Menschen allein durch US-Kriege getötet. Und von diesen 70 Millionen Menschen kommen nur ein Bruchteil von Flüchtlingen nach Europa. Und diese Europäische Union bricht jämmerlich zusammen. Die Friedensinitiative Stop So War in Jemen wurde im Februar 2017 von mir ins Leben gerufen, mit dem Ziel, umfassend die Öffentlichkeit über die bisher vergessenen Kriegsverbrechen der saudischen Kriegskoalition unter Beihilfe von USA, Großbritannien, Frankreich und natürlich auch wieder Deutschland und zahlreicher weiter andere NATO-Staaten aufzuklären, insbesondere NATO-Staaten, die da mitmachen. Und um das nachzuholen, was eigentlich der festgeschriebene Medienauftrag von BRD Fernsehen 1 und 2 wäre. Während bei Dennis Yücel die Bundesregierung noch im Mai 2019 die Türkei aufforderte, ihre Volkta zu unterbinden, nimmt bei Thüringen, Assange, Merkel und Co. gegenüber Großbritannien die berühmte Drei-Affen-Geste ein, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen wollen. Und die Friedensinitiative Stop So War in Jemen erhebt daher folgende Forderungen. An die Vertreter der USA, Australien, Großbritannien und die Europäische Union die sofortige und bedingungslose Freilassung des Journalisten Julian Assange, der als politischer Gefangener des EU-Mitgliedstaates Großbritannien gefoltert und in Haft gehalten wird. Gewährung von politischen Asyl in einem Land seiner Wahl und Gleiches gilt natürlich auch für Edward Snowden und Chelsea Manning. Forderungen an die Bundesregierung. Politische und wirtschaftliche Einflussnahme der Bundesregierung auf die USA, Großbritannien und Australien, wie sie es bei Yücel in der Türkei getan hat, um die sofortige Freihasselassung von Assange zu bewirken. Beenden Sie Ihre Haltung. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Und wer vor kurzem erst die Bundespressekonferenz gesehen hat oder nachvollziehen konnte, ist genau das dort mehr als deutlich sichtbar geworden. Und letztendlich gibt es von unserer Seite Forderungen an die Vereinten Nationen. Sanktionen, Verurteilungen und internationale Strafverfolgung von verantwortlichen Regierungsmitgliedern der US-NATO-Regierungen aufgrund ihrer zahlreichen völkerrechtswidrigen Kriege, permanenten Missachtung des Völkerrechts der Menschenrechte nach 1945, wie zum Beispiel die Kriege und Regimechains in Jugoslawien, in Syrien, Irak, Libyen, Afghanistan, Ukraine etc. Die völkerrechtswidrigen Drohnenmorde in Pakistan. Rainer Braun war vorhin gerade da als Mitgründer der Kampagne Stop Airbus Rammstein. Die permanenten Angriffe auf die Presse- und Meinungsfreiheit und somit Angriff auf Artikel 19 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die jahrelange beispielhafte Verfolgung von Julian Ansong, Chelsea Manning und Edwards Noten und all die bekannten und unbekannten Whistleblower. Und diese Forderung an die Vereinten Nationen bezieht sich natürlich auf die Aussage von Julian Ansong, wie vorhin gehört, dass in den letzten 50 Jahren nur durch die Medien Kriege überhaupt möglich waren. Wir fordern Freiheit für Julian Ansong, Freiheit für Chelsea Manning, Freiheit für Edwards Noten, Hände weg von der Presse und Meinungsfreiheit! Fried, 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 Fried. Und ich möchte Sie noch gern einladen zu zwei wichtigen Veranstaltungen. Einmal die Veranstaltung am 4.11. Am 4.11. sagt Nein zur NATO. Das betrifft uns übrigens alle. Wir haben ja wieder die US-Truppen, die aus den USA durch ganz Westeuropa geschippert werden, transportiert werden, durch die Länder Ostdeutschlands bis an die Grenzen Russlands. Da findet am 4.11. hier und zwar dort vorne 50 Meter weiter mit demselben Wagen von Ingo eine Sondermahnwache statt zu dem Thema Atlantic Reserve. Und da sind sie herzlich eingeladen mit all ihren Schulden von Julian Assange, weil es ist natürlich auch in ihrem Interesse und sie haben dort nochmal die Möglichkeit ebenso ihren Protest zu erheben gegen die US-Regierung mit ihren Forderungen Freiheit für Julian Assange. Und am 14.12. gibt es eine Veranstaltung im Haus Neues Deutschland. Das ist die Berlin-Jemen-Konferenz 2019. Da sind nur 100 Plätze leider zur Verfügung. Das heißt, da geht es also mit Anmeldung. Und wer also Interesse hat, das Thema Krieg im Jemen, der seit 26. März 2015 stattfindet, da mehr erfahren zu wollen, der Link liegt dann in der Dokumentation mit bei. Wenn Sie Lust haben, Interesse haben, melden Sie sich an. Wir freuen uns, dass Sie da sind, zuhören. Vier Stunden geht es von 14 bis 18 Uhr. Und dort würden wir uns dann also bei diesen zwei Veranstaltungen, wenn Sie denn mit dazukommen, würden wir uns dann wiedersehen. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank Matthias. Vielen Dank.